Gegner vor uns, glaube ich. Ich glaube, ich habe es gesehen bei 60, bin mir nicht sicher. Könnte gleich hinterm Hügel auftauchen. Ja, da ist definitiv ein Gegner mit einer Sniper, die ich haben möchte. Der hat ein Jetpack. Der hat Damage genommen. Der ist ultra hoch geflogen, einfach runter geflallen und hat Damage genommen. Oh, wie geiler Typ, Alter. Ich meine toter Typ. Also, wir sind nicht alleine, aber ich sehe nur einen gerade. Da ist ja einige. Aber wir landen, glaube ich, noch vergleichsweise früh. Der eine vielleicht vor uns knapp. Ja. Ist auf jeden Fall in einem einen Turm in der Nähe ein Big Shield. Da kann man sich später drum kümmern. Yo, lol, what the fuck. Ach so, da ist ein Disco drin. Ich dachte, mein Skin macht irgendwelche komischen Geräusche. Ne, man, ich war gerade so verwirrt. Ja, Sam. Problem. Ne, nicht deswegen, aber ich bin mit dem Gleiter auf diese Jump-Dinger die Reifen gegangen und es hat mein Gleiter nicht deaktiviert. Ich bin da einfach hoch und weiter geglitten. Ach so. Ich hatte eigentlich erwartet, dass das mich irgendwie durch den Lama normal springen. Du bist den Lama übersehen? Bitte? Ich nehme mal kurz Lama und du bist gerade mit einem Lama vorbei gelaufen. Ja, ich bin gerade... Weil das ist unter der Vorteil, am Anfang richtig viele Match zu haben, man. Ja, ich bin halt so beflissen gerade, weil ich unbedingt eine Shotgun will. Ich komme wieder ein bisschen zu dir. Hast du's? Ja. Oh, und ich habe meinen Shotgun gefunden, gut. Ich leg dir hier mal Mads hin. Das sind halt nicht alleine, deswegen bin ich gerade ein bisschen... Ja, ich weiß, deswegen schnell die Mads. Ich sehe auch schon einen laufen, aber der... Die laufen jetzt von nach Südosten, so von mir aus gesehen nach rechts. Okay. Die schießen auch gerade, das heißt, die haben einen Fight. Das hin, oder? Ich meine, wir mit Mads. Ja. Ah, sie sind auf dem Dach direkt von uns. Auf dem Dach ist jemand. Der eine hat einen Jetpack. Oh, ein Jetpack. Sehr gut. Das Jetpack gehört mir. Vor mir noch die Gegner. Vor mir, Gegner. Geht's noch kurz? Ja, jo. Ich mach die alleine. Cool. Auf dem. Nice. Nevermind. Ich sag ja, wenn du am Anfang Materialien hast, Alter. Dann rip Gegner. Hast du, äh... Hast du Bandagen? Ja. 15 Stück. 10 Stück. Okay. Ich habe nämlich 15, da hätte ich gemeint, ja, da vorne rechts ist einer. Gegen Shifty. Da hättest du die weg machen können. Ich close auch noch einer, der kommt jetzt hier hoch. Hat mich vielleicht gehört. Mehr hat er nicht. Das Loch hat er. Hat einen Hit. Wir müssen es schnell machen, bevor sein Mate kommt, würde ich sagen. Der ist hier. Hat sich hier ein. Wir müssen aufpassen, sein Mate wird gleich von hinten kommen. Stimmt. Mal oben zu kurz. Auf den Sack, Alter. Sein Mate kommt jetzt gleich. Ich glaube, ich brauch dich gerade ein bisschen. Oh, Sticky-Nate hat mich bekommen. Oh, der hat sich hier dann nicht zu. Ach, deswegen. Sehr stark. Ah, die haben ziemlich viel, äh... Denkst du auch, Zeugs? Jo. Ja. Gegner vor uns, glaube ich. Ich glaube, ich hab was gesehen bei 60. Bin mir nicht sicher. Könnte gleich hinterm Hügel auftauchen. Hm. Oder bei Materialien. Ja. Da ist definitiv ein Gegner mit einer Sniper, die ich haben möchte. Der hat Jetpack. Okay. Oh, der hat Jetpack jetzt hier. Der hat Damage... Der ist ultra hochgeflogen, einfach runtergefallen und hat Damage genommen. Oh, wie geiler Typ, Alter. Ich mein, toter Typ. Oh, shit. Oh, shit. Ihm ruhig die Sniper. Oh, ich hab den Matting-Derry-Farmers. Der hat's richtig cool Stuff, Alter. Äh... Ja, gar nicht mehr, ne? Jaja, auf jeden Fall. Äh... Shit, kannst du Minis oder... Ähm... Ähm... Sehr gut. Ah, vor uns ein Gegner. Okay. Er ist nach links. Ah, mein Typ ist wieder weg. Arschloch. Das fällt dir ein. Vor uns... Push. Abhin. Was? Ich weiß nicht, was ich alles nehmen soll. Ich leg hier mal die drei Minis hin. Ähm... Ja, danke. Good loot, boy! Soll ich da einfach... Zerstören? Glaub ich gesehen, oder? Ne, hat er nicht. Äh... Eigentlich würde ich schon snipen, wenn er still steht. Ah, jetzt hab ich keinen Winkel. Shit. Okay, mach mal so. Der ist runtergesprungen. Lol. Na, war mal. Okay. Selbstmord. Äh, Gegner Süden. Close. Noch mehr Minis? Also, so close ist es nur wieder nicht, aber doch recht close. Ah, der hat so viele Minis, dass ich meinen Shotgun fallen lässt. Soll ich komm sofort. Wo sind die genau, ist diese grad nicht? Ah, da. Der hat einen Shotgun-Hit. Hab den einen. Dann anderen hab ich gleich. Hab ihn. Ohne Damage zu nehmen. Du auch? Ja. Stark. Oh, der hat noch mehr Minis gedrückt. Hast du noch mehr stuck? Ich hab 10, Alter. Ich musste die liegen lassen, weil der so viel hatte. Okay, ja. Fuck it, fuck it. Ich geh sie mit meiner Shotgun rauf und denk so, der wird nicht so viel haben, dass ich gleich fallen in den Last werd. Shotgun fällt weg. Oh, jetzt brauch ich noch eine Legendary RPG, dann hab ich echt fetten Loot. Ich hab die Hälfte Legendary in meinem Minis. Mehr als die Hälfte. Ich hab jetzt noch eine Legendary Scar bekommen. Es fehlt nur noch die Legendary Heavy. Ja, wenn wir jetzt nicht gewinnen, bin ich traurig, aber richtig. Ist so. Wie viele Kills hast du? Ich? Vier. Okay, nice. Ja, ich hab sechs. Was? Das könnte auch eine Heikel-Round werden. Ein paar haben sich halt vor uns umgebracht, leider. Das stimmt. Hätte ich auch gerne angerechnet bekommen, so als Einschüchterung. Hätten den so einmal anschießen müssen, der da runtergesprungen ist. Ich werde sich unterschätzen, unseren letzten Gegner. Es sind noch zwei Duos, wie es scheint. Ja. Ich will zu innen Retail oder außen bleiben? Lass mal auf den Berg, oder? Oh, ich hab's recht, ja. Okay, wau mal. Kann ich auch noch mein Jetpack endlich sinnvoll nutzen? Ah ja, wir haben beide Sniper. Ich hab noch APD. Ich nehme aber den Shotgun beim hochgehen. Okay, ich sehe keinen. Oh, mein Jetpack hat halt nicht mehr viel. Oh, meinst ist fast voll. Okay. Lass mal tauschen. Wenn du willst. Neck. Oh, direkt vor uns. Das waren deine Steps, alter. 2 sind da. Fuck, man. Ich treff grad nix. Jetzt hat er nen Hit. Wo ist der andere? Okay, ich nehme mit. Stark. Ich hab schon wieder kein Damage genommen, Alter. Was können die? Ich hab, ich hab Damage genommen. Also. Sollte man nicht so überheblich sein. Du hast kein Big Shield oder so, ne? Leider nicht. Nur 10 Minis. Okay, dann bin ich wieder ein bisschen down, leider. Nicht alles flat ewig. Ähm. Du hast keinen Madpack mehr, oder? Ah ah. Shit. Okay, letztes Teemo oder letzte zwei einzelne? Ich hab das Gefühl, die verkämen sich in Retail. Da müssen wir jetzt auch hin. Hm. Äh, wir könnten halt noch rechts hier runter auf den Ding. Oh, mein Jetpack ist auch weg vor allem. Ist da leer gegangen, also. Ah, ist ein Slot frei. Sie ist positiv. Oh, ich hab jetzt einen Granatenwerfer mitgenommen fürs Spam. Mhm. Wenn es ist auf... Ah, Big Shield. Hinter uns, hinter uns. Nicht mal im Retail. Äh. Ist nicht auf dem Berg irgendwo? Bei Osten? Nein, 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 nein. Direkt hinter uns unten. Recht. Der eine hat nen Hit. Oh fuck. Der hat mich grad runter geschossen. Egal. Sorry. Der ist fast tot. Tot. Der war alleine. Another Legendary Scar. Big Shield ist die immer noch? Warte mal, ich bin dumm. Ich hab so viele... Ich hab vier Lagerfeuer, man. Ich hab's vergessen. Okay, vielleicht der letzte Spieler ist ein richtig dummer Spieler. Dann können wir endlich mal so einen richtigen Fallenkill machen, wie die krassen Dudes immer machen. Ich hab... Das ist sogar zwei Big Shields. Also, kannst du noch nehmen. Okay. Ja, sicher ist sicher. Wir wollen jetzt nicht richtig fein sterben. Ja. Machen wir jetzt zu. Das ist peinlich gesnipet wird. Ja. Oh, da draußen ist noch ne Legendary Heavy. Echt? Ja. Oh, shit. Das war ne Scar. Ja, das war ne Scar. Das war ne Scar. Ich hab beim Durchgucken durch die Tür gedacht, das war ne Heavy. Hier ist der Gegner. Der ist ein schlechter Spieler. Moment. Lass ihn mal einen kesseln. Oder? Ich glaub, der ist schlecht. Ja, sieht so aus. Also, der Ninja hat uns jetzt mega. Wie machen wir das jetzt am besten? Da. Ich hab ihn angekesselt. Okay. Warte mal. Ähm, wie machen wir das? Äh, der ist hier bei mir. What? Ich bin da drin bei ihm. Ich dachte es wärst du. Ich muss ihn töten, Alter. What? Ich dachte es wärst du. Nein. Das war so dumm, Alter. Das war so dumm, Alter. Das war so dumm. Der hat fast gekillt. Das war uncool, Mann. Das ist da richtig uncool. Das war so schlecht und mir. Das kannst du ja. Okay. Lass runter mit dir. Wie dumm du bist. Ich denk so, ah, der ist unter uns, geil. Auf einmal steht der neben mir und schießt mich die ganze Zeit an. Ich denk, was machst du, Mick? Da hat grad die Chance deines Lebens. Guck mal, hätt ich keinen Big Shield genommen, wär ich jetzt übrigens tot, ne? Oh, Mann. Der dreht sich dann um, gib mir noch einen heller. Okay. Ja, das ist so heftig auf Snapchat hochgeladen, Mann. Oh, Mann. So dumm, Alter. Geil. others Barriere, War. Okay. I should have feds. Ich weiß nicht, was geht vielleicht dir bestimmt anders.